hallo liebe kitty wir haben nachrichten für dich und zwar hier ist jemand der hat sein erstes der roman ist die die erste markierung das erste tattoo ja was er jemals bekommen hat und wir haben gelernt es heißt leider nicht markierte es muss anders ausgesprochen werden es heißt markierte markierte ja so kitty damit das üben kannst du jetzt nochmals zu hören wie sagt man es richtig markierte das hat sich vorhin anders angehört markierte du entscheidest du hast noch gar nichts zu sagen wie würdest du es aussprechen schweizerdeutsch schweizerdeutsch deutsch schweizerdeutsch deutsch markierte so liebe kitty übe jetzt wo sich das hier weltweit ausbreitet das phänomen in